Hallo zusammen, hier ist Bella. Bella war vorgestern mit Janine spazieren. Hier hat sie noch ein paar kleine Übungen, Tricks etc. gemacht. Janine kennt sich mit Steffis relativ gut aus. Sie hat ein Steffi Mischling, weiß also genau wie die Hunde ticken. Also Grundgehorsam ist definitiv da, reagiert auch sehr sehr schön auf Kommandos. Meistens dann, wenn es Leckerlis gibt. Ohne Leckerli nicht so gut. Mit anderen Hunden ist es so so lala. Sie kennt sie einfach zu wenig, sieht man jetzt ganz gut daran, dass sie, wo die anderen Hunde kommen, einfach nicht weg will. Sie will dorthin, sie ist neugierig und sie interessiert sich natürlich auch für andere Hunde. Einige Hundebegegnungen waren nicht so okay und andere waren dafür sehr viel besser. Hier ein Video, wie sie vor drei Wochen, bevor sie in die Hundepension kam, mit dem Nachbarhund gespielt hat. Die haben zu zweit irgendwie vier Stunden lang gespielt und beide waren hinterher fix und fertig. Aber da sieht man auch, das war eine Rüde, hat sie sich sehr sehr gut mit dem Rüde verstanden. So sieht es allerdings derzeit für sie aus. Sie ist in einer Hundepension abgegeben worden vom Besitzer und da wartet sie nun in der Regel 24 Stunden oder 23 Stunden pro Tag. Ab und zu kommt sie mal raus. Also wir freuen uns definitiv über jede ernst gemeinte Bewerbung. Bis zum nächsten Mal.